Was hieß er denn? Eure Eltern sind Geschwister. Ich hab noch nachts schon gefurzelt. Geil, geil, geil! Nein, das ist nicht so toll. Femex! Ja! Wir haben das Gute. Jakobinos, etwas Cola, etwas orangen Saft. Frühkölsch, Rettambier aus der Zone, Kronenbacher und Alpia Schokolade. Ey du krankige Sau, hast du das Fenster hier aufgemacht? Ja klar. Scheiße, das hat er gar nicht aufgenommen, ich habe die falsche Tasche. A-Sman hat sich die Fingernägel abgebrochen. Oh, wo denn, woran hat er es getan? Nein, weiß ich nicht, woran. Schon mal, also passen Sie auch hier mal mal. Bei diesen Flaschen, ich zeige Ihnen jetzt ein Modellbeispiel. Zeig da mal was vor. Ein Modellbeispiel, ja sehr schön. Das ist ein Modell, nicht ein Modell. Da muss man es ziehen. Und Fingernägel, reiß ab, tut weh, aua, kriegst du Zähne, kannst du neue kaufen. Wieso, Fingernägel, reiß ab, aua, tut weh, bist du ein Weib oder was? Ja. Achso. Wer hat die Rauch geworfen? Welcher Vollidiot? Rauchgranate! Ich möchte mal eben ein Küchenmissstand hier auflegen. Ich möchte einmal hier... Also allein das ist schon Küchenmissstand, wenn man jetzt immer sieht, dass er die... Du auch. Also hier, da geht das nämlich schon los. Ey, hier sind alle... Was ist denn immer los? Was ist denn hier? Gäsche und die essen und so, Aue. Man kann ja auch mal ein bisschen rumrollen, oder? Früher bei der... Aber du mit den Fingernägel oder was? Früher bei der HO war dann auch nicht anders. Da macht hier so ein Kracht hin. Okay, dann noch mal neu. Boom! Ihr seid so Idioten. So. Das ist auch besser. Natürlich. Da gelten die HCCP-Vorschriften ja so nicht. Achso. Nein. Nur für die Gemeinschaftsvertretung. Achso. Aber das ist ja auch keine Gemeinschaft hier. Nein, nein. Das ist... Privat. 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 Was? Was denn? Aha! Was? Oh! Oh, der schiebt mich noch die Ratte! Oh, kommt doch schon. Oh, kommt wieder da und lernen! Oh, ne? Oh, jawohl! Oh, jawohl! Oh, ne? Ich bin ziemlich schön. Die Tischer, Lack und Leder Hier Was ist das? Was ist das? Was hängt der denn da? Das läuft doch nicht die ganze Nacht. Ja, weg dran. Da ist der Herr mit dem komischen Handy-Hörbuch. Ja, Peri-Roden, warum weißt du das? Ach so, weil ich es gefilmt habe. Hunger! Hunger! Ich bin der Terroristenbär, ich hab kein Gesicht. Geh her! Lass mich abbeißen! Los! Geil! Hallo! Metall! Geil! 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 Don't take them just because you care Jolie, 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 Jolie I'm begging of you, please don't take my man Jolie, 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 Jolie Please don't take them even though you can